Aber weißt du doch genau, dass nichts passiert ist. Ach, bin ich zu früh gekommen? Auch Sie bilden ja eine unzertrennliche Einheit. Trotzdem bin ich immer noch ein Mann. Wissen Sie, was das ist? Ein Mann? An sich schon. Aber bei Ihnen ist das schwer festzustellen. Was denn du liebst Bach? Was habt ihr denn? Ja, ich liebe Bach. Sag mal, das hast du mir aber auch von dir erzählt. Dir? Bei deinem Misstrauen? Lass dich gehen, Kleines. In unserer Gegenwart darfst du das. Nun lass dich gehen. Es ist aber so, als hätte ich Sie von meinem Freddy's Nightclub gesehen. Vielleicht während Ihrer Ferien. Was ist Freddy's Nightclub? Kennen Sie Freddy's Nightclub nicht? Na, woher denn? Sie ist meistens fünf nach neun im Bett. Möchtest du mir mal gerne ausschlafen lassen? Ausschlafen? Das kann sie zu Hause tun. Anstatt hier besoffen herumzulegen. Wenn ich besoffen sage, drücke ich mich noch poetisch aus. Es wird ja immer schlimmer. Was denn? Willst du lieber einen Arzt? Nein, nein. Die Natur muss ihren Lauf nehmen. Warte. Kann ich immer alles klappen im Leben? Psch. Psch, 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 psch. Also Sie sollten das vielleicht mal mit Valium probieren. Psch. Lieber Gott, lass mich aufwachen. Wann rasselt hier denn endlich der Wecker?